Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und mit meiner Frisur ist eh alles verloren. Hands up von euch, wen das letzte Video so richtig gut gefallen hat. Wer es nicht gesehen hat, sofort anschauen. Tut euch selbst einen Gefallen. Und danach kommt wieder zurück, weil ihr müsst ja auch dieses Video sehen. Heute geht es darum, wie man Supplements wahnsinnig gut in seinem Alltag einbauen kann. Das heißt, nicht nur einfach für die Hardcore-Pumper da draußen, Bodybuilding, Lastik, einfach nur dann Supplements zu konsumieren, weil man denkt, man wird damit Fleischmassen antrainieren und aufbauen. Ja, wird man irgendwann, aber nicht nur dadurch und so nötig sind sie nicht. Dennoch können sie uns helfen, gesünder zu sein, unser Immunsystem quasi zu stärken, die Regeneration auch im Alltag. Selbst wenn wir keinen Sport machen, ja, wir müssen immer regenerieren. Immer. Auch die Nichtsportler, nur Sportler und vor allem Leistungssportler und damit erst recht Bodybuilder, müssen das wesentlich mehr. Aber wir alle, und damit spreche ich vor allem diejenigen an, die gar keinen Sport machen bis hin zu nicht unbedingt Bodybuilding machen, auch wenn ich die wahrscheinlich nicht mit diesem Video erreichen werde, wie werde ich die denn mal erreichen? Nun ja, ich hoffe, ein paar von euch sehen das hier. Ich werde euch heute ein paar Möglichkeiten nennen, wie ihr Supplements in eurem Alltag integrieren könnt, aber auch für die Bodybuilder von euch da draußen, für meine Fitnessjünger da draußen. Wie könnt ihr Supplements einbauen jenseits vom Training? Alle von euch wissen nämlich, natürlich, ich muss meine zwei bis drei Shakes am Tag zu mir nehmen oder ich nehme vor dem Training das, während des Trainings das, nach dem Training das oder ihr nehmt ganz spezielle Supplements wie eure Vitamine einmal am Tag und so weiter. Aber ich werde euch heute ein paar Sachen nennen, wie ihr Supplements einbauen könnt in eure Alltagsroutine, die nicht unbedingt was mit Training, Bodybuilding und drumherum zu tun hat. Trinkt ihr auch Wasser? Ja, ihr solltet mindestens drei Liter trinken, ich tendiere eher dazu zu sagen, trinkt mal vier oder fünf. Es schadet nicht, gleichzeitig seid ihr nicht zu viel auf Toilette, daran wird sich der Körper auch irgendwann gewöhnen und selbst wenn ihr mal dann wenig trinkt, habt ihr immer noch zwei bis drei Liter. Es tut gut, ich kann es nur empfehlen, aber wem das Wasser ohne Geschmack zum Halse raushängt und davon gibt es ja genug und sich dann denkt, ach komm, jetzt gönne ich mir mal. Ja, es ist verpönt, die Zuckergetränke zu sich zu nehmen. Cola, Limo, Mezzomix oder sonst irgendetwas, Orangensäfte, Apfelsäfte. Ihr wisst mittlerweile, Kalorien solltet ihr nicht unbedingt mit dem Trinken zu euch nehmen. Nicht nur, wenn ihr abnehmen wollt, sondern generell kann man sich das einfach sparen, diese Insulinausstöße, die dadurch kommen. Müssen wir alle nicht haben, selbst wenn wir schlanke Jungs und Mädels sind. Aber wenn ihr dann doch Geschmack haben wollt, was macht ihr? Ja, es gibt ein paar Tricks. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Geschmackssubstanzen, die man sich auch von namhaften Supplementherstellern holen kann. Aber ich frage mich, wozu? Und jetzt kommt eben der erste Hack, der erste Trick. Nehmt euch etwas mit Geschmack, was aber auch was bringt, einen Nutzen hat. Und dann macht ihr das auch noch mit doppelt gutem Gewissen. Wie zum Beispiel EAA-Pulver, Aminosäuren. Die gibt es in allen möglichen Geschmacksrichtungen und schmecken dann auch recht gut. Aber wenn ihr die drin habt, habt ihr Aminosäuren, wertvolle, wie zum Beispiel bei EAAs, alle essentiellen Aminosäuren. Das ist doch der Hammer, oder? Dann wird das auch noch ein echter Gesundheitsdrink, der immer wieder zwischendurch Muskeln aufbaut. Und das zwischen den Eiweißbomben, die ihr zu euch nehmt. Zwischen den Mahlzeiten und zwischen euren Proteinshakes werdet ihr Wasser trinken. Und wenn im Wasser dann immer ein Schuss Aminos drin ist, warum nicht? Hammer! So gibt es das ja in allen möglichen Geschmacksrichtungen, wie auch von WIDA, von den EAAs hier. Pink Lemonade zum Beispiel. Einfach davon ein Löffel auf einen Liter rein. Wenn ihr Bock habt auf mehr Geschmack, zwei Löffel davon und es funktioniert. Ganz nebenbei, wer von einem der Top-Supplement-Herstellern mal ein Fünftel sparen möchte und sich diese EAAs holen oder irgendwas anderes, der kann das mit dem Code GOTTI tun und auch noch den Kanal unterstützen. Aber das hier soll kein Werbevideo für Supplements sein, denn das sind Tricks, die ihr wirklich nutzen könnt. EAAs, besser als einfach nur Geschmack, dann ist auch noch was Sinnvolles drin. Und wer das Ganze auch noch mal von etwas evaluierterer, wissenschaftlicher Seite hören möchte, der kann sich mal das Buch durchlesen, die Aminorevolution. In diesem Buch wird wunderbar erklärt, was Aminosäuren noch im Körper bewirken können, wie wahnsinnig gesund sie sind, was sie alles dort bewegen und dass sie wirklich unterschätzte Bestandteile sind. Und wir wissen, die Komplexität von Aminosäuren, die Verbundschaft, nennt sich Proteine. Wie wichtig sind die und welche Mythen gibt es überhaupt mit der Einnahme von Proteinen, auch für Nichtsportler da draußen? Sehr interessantes Buch. Und wer sich jetzt nicht unbedingt dazu zählt, mal eben ein ganzes Buch darüber durchzulesen, hey, ihr könnt das Ganze abkürzen. Ich habe es schon einmal erwähnt. Ihr könnt das Ganze in nur 15 Minuten euch anhören bei Blinkist. Mit dem Code unten habt ihr auch eine Probewoche. Da müsst ihr nichts zahlen und könnt direkt wieder kündigen, wenn ihr wollt. Außer es gefällt euch natürlich. Ein ganzes Buch in 15 Minuten und ja, ihr habt dann das Wichtigste drin. Und wem es dann gefällt, der kann es immer noch lesen. Hört euch die 15 Minuten an, auf dem Weg zum Training oder im Training. Kann ich nur empfehlen, ist eine Hammer-App und dieses Buch macht wirklich Sinn. Schaut es euch mal an, die Aminorevolution bei Blinkist mit dem Code unten. Und dann entweder wieder abbestellen oder sogar auch noch danach 85% sparen. Einen Trick werdet ihr schon alle kennen und sagen, Gotti, das ist doch kein Trick. Und zwar statt irgendwelcher Snacks, Snickers oder den Magen mal zu füllen mit Chips, wenn ihr Hunger habt oder einfach nur Appetit habt, das Ganze mit einer Protein-Mahlzeit zu machen. Wir haben Protein-Riegel. Oder nehmt euch einfach mal einen richtig köstlichen Protein-Shake. Ja, nicht nur einfach vielleicht shaken mit Wasser. Nehmt euch nette, meinetwegen Hafermilch. Mischt das Ganze in einem echten Mixer, macht es so halbwegs schaumig, cremig und es schmeckt wirklich gut. Wie so ein 5-10-Dollar-Shake da draußen. Habe ich Dollar gesagt? 5-10-Euro-Shake da draußen, den ihr euch auch sonst kaufen könnt. Wahnsinnig gut. Auch das ist eine Zwischenmahlzeit und stopft den Magen. Aber ihr könnt auch Weight Gainer nutzen. Da draußen gibt es so viel wahnsinnig überteuerte Sachen von X-Food oder sonst irgendetwas. Dann kauft ihr das und habt da im Prinzip nur komplexe Kohlenhydrate drin, Vitamine, Mineralien. Klingt toll, ist auch nett, aber kriegt ihr auch mit Weight Gainer hin. Und schon wieder habt ihr alles funktional gemacht. Ja, man will ja auch mal einfach nur genießen, aber man kann genießen und auch noch eine gewisse Qualität in seine Ernährung reinbringen. Und jetzt kommt das Tolle, wenn ihr Supplements dafür benutzt von Supplement-Herstellern, dann fallt ihr auch nicht unbedingt darauf hinein, was die Supermarkt- und Lebensmittelindustrie mit euch macht. Wie gesagt, X- und sonst was für Food bietet das für absolut überteuerte Preise ein, dass ihr es euch im Supermarkt aus dem Regal schnappen könnt. Das gleiche kostet nur ein Zehntel, ja, ich meine es, 10% davon mit dem gleichen Wirken. Oder diese ganzen Proteinprodukte, ein Protein-Pudding, dafür zahlt ihr dann 2-3 Euro, nehmt ihr euch einen richtig leckeren Protein-Check, zahlt ihr dafür vielleicht 70, 80, 90 Cent und habt auch noch mehr Protein drin. Also, wenn ihr das alles zu Hause habt, greift dann einfach dazu. Ihr werdet auch schon eure Geschmacksbomben finden, sucht euch gerne nach Geschmack aus und nicht unbedingt nur nach Wirkung und was ist das Beste, denn es soll ja euren Alltag sinnvoll ergänzen und Qualität reinbringen. So könnt ihr auch, wenn ihr einmal Protein-Pulver zu Hause habt und ja, das gehört in jeden Haushalt, nicht nur von Bodybuildern, nicht nur von Leuten, die Sport machen, nein, von jedem. Ja, sogar meine Eltern haben Protein-Shakes zu Hause, denn ihr könnt dieses tolle geschmackliche Pulver ebenfalls als Geschmackspulver nutzen, mit einem tollen Effekt und überall untermischen. Euer Quark wird aufgewertet, schmeckt jetzt gut nach Vanille, ohne dass ihr Vanillezucker drin habt, denn ihr könnt ja auch den Vanille-Quark holen, dann habt ihr aber nur Vanille-Geschmack, bedeutet Zucker, Zucker, Zucker mit Quark gemischt. Hey, dann nehmt doch lieber das Vanille-Protein, wo meistens gar kein Zucker drin ist, weil die meisten Protein-Hersteller darauf achten, weil Bodybuilder diesen Zucker eben nicht wollen. Ihr habt aber den vollen Vanille-Geschmack und ihr habt eine Monster-Protein-Bombe, denn Quark plus Protein, oh wow, das knallt so richtig. Tut es euch in euren Kaffee, tut es euch in eure Suppe, tut es euch sonst wohin, egal wo, Protein kann man fast überall reintun. In Pancakes, wenn ihr euch die macht. Oder in Kuchen. Tut überall immer so ein bisschen Protein rein. Ärgert eure Mitmenschen, denen ihr überall Protein neu reintut. Und damit tut ihr auch noch was Gutes. Was auch immer ihr macht, Protein-Pulver könnt ihr einfach überall reinschmieren. Versucht es mal mit eurer Zahnpasta. Und jetzt werde ich mal einen etwas gewagten Tipp von mir geben, und zwar unter der Kategorie Special-Tipp. Special nicht, weil er besonders gut ist, sondern weil man ein bisschen aufpassen muss. Er ist nur situationsabhängig. Bis jetzt habe ich etwas gesagt, was jeder von euch jederzeit machen kann. Und wenn ihr 5 Liter am Tag trinkt und immer eher Aas rein tut, ist das gut. Ihr könnt damit nicht übertreiben. Aber mit dem folgenden Tipp nur zu speziellen Möglichkeiten. Das gilt auch für den Tipp danach. Aber dieser hier ist noch spezieller, denn er ist so ein bisschen Freizeitluxus. Wenn ihr mal geistige Höchstanforderungen braucht, egal ob ihr gerade ein Video dreht, ob ihr sprachlich auf ein gutes Niveau kommen müsst, egal wo ihr besonders gefordert seid, und bitte nur bei ernsten Sachen, jetzt nicht unbedingt, wenn ihr einen Spieleabend wieder zu Hause macht oder dergleichen, dann gönnt euch doch einfach mal einen praktischen Booster. Ich habe für so einen Fall immer gemischte Booster schon mit dabei, weil meine Booster fürs Training peppe ich meistens noch mal ein bisschen auf, weil ich die einzelnen Ingredienzien habe und nehme als Basis nur einen Booster. Aber es gibt ganz praktische Booster wie von Wider den Hazard, jetzt ist schon wieder Werbung drin, aber ich meine nur als Stellvertretende, egal von wo ihr ihn nehmt, aber so ein Fläschchen und das grabt man sich dann mal raus, trinkt es und glaubt mir, es funktioniert. Weil natürlich darin eine gewisse Koffeinmischung ist und euer ganzer Körper belebt wird. Und wenn der Körper belebt wird, wird meistens auch der Geist belebt. Ihr kriegt einen wahnsinnigen Fokus fürs Training und den Fokus fürs Training könnt ihr natürlich auch, wenn ihr nicht trainiert, für was anderes benutzen. Ihr seid fokussiert. Also wenn ihr zufällig an der Schachweltmeisterschaft teilnehmt oder mal besonders flüssig und gut reden müsst, macht das Sinn. Was ihr dann allerdings schon beachten solltet, ihr solltet nicht am gleichen Tag auch noch beim Training ebenfalls einen Booster nehmen und nebenbei vielleicht noch, keine Ahnung, fünf Energydrinks. Ich muss zwar sagen, das ist wahrscheinlich, wenn ihr es zusammenrechnet, immer noch im Rahmen des absolut Nichtgefährlichen. Wahrscheinlich. Aber ich würde einfach nur so ein bisschen darauf achten, damit es eben auch den Effekt beibehält und sich nicht total abnutzt. Kann man mal ausprobieren und bringt wirklich was. Und damit kommen wir zum letzten und ziemlich ähnlichen Tipp, der schon fast einer medizinischen Ratschlagung gleichkommt. Allerdings muss ich hier eben betonen, das ist kein medizinischer Ratschlag. Versucht es mal, ich würde es eine Art Hausrezept nennen, die Sinn macht. Und zwar besser ist und die bessere Alternative, als echt einfach zu Medikamenten zu greifen, die man sich frei aus der Apotheke holen kann. Die Rede ist, wenn ihr Kopfschmerzen habt oder sogar Migräne, versucht es mal, das Ganze zu lösen mit einer anderen Mischung als die nächsten Ibuprofen, Aspirin oder sonst irgendetwas zu nehmen. Das sind Medikamente, vielleicht keine gefährlichen. Aber ich würde eher auf etwas natürlichere Mittel zurückgreifen. Zum Beispiel ein Energydrink. Da ist Koffein drin und Zucker drin. Und diese Mischung ist es, was wirklich ein Wundermittel sein kann. Ich kenne einige Leute, ja nicht nur einen, einige Leute, die Migräne haben und dafür sehr starke Dosierungen von den besagten Medikamenten gebraucht haben, aber mit einem kleinen Energydrink, einem Red Bull plötzlich hinkamen. Oh Wunder, Sie verstehen es bis heute nicht, aber es funktioniert und zwar bei all denen. Es muss nicht unbedingt bei jedem funktionieren. Vielleicht bei manchen nicht, vielleicht seid ihr zu viel Koffein gewohnt. Vielleicht klappt es bei euch einfach nicht so. Aber versucht es mal, denn dieser eine Energydrink ist sicherlich um einiges besser für euren Körper als die Ibuprofenbomb. Und wenn ihr euch sowas mal selbst mischen wollt und noch effektiver machen könnt, dann sind es natürlich wie die Booster-Ingredienzchen. Ein paar davon könnt ihr rauslassen. Aber so eine Mischung aus Koffein, Glucose in sehr einfacher Form, meinetwegen Dextroenergien oder so etwas und vielleicht noch ein bisschen Arginin. Dadurch wird all das, was hier sich so dick anstaut und pocht, schneller durchblutet, besser durchblutet und ganz plötzlich könnten die Kopfschmerzen weg sein. Probiert es mal aus. Auch da sind Supplements eine richtig gute Sache. Jetzt bin ich mal auf eure Kommentare gespannt, was ihr davon schon macht und wie ihr eure Supplements auch im Alltag benutzt. Habt ihr Dinge, wo ihr sie benutzt, die ich jetzt gar nicht genannt habe? Oder misstraut ihr dem so sehr, dass ihr sagt, nee, diese Giftblöcke kommt mir in den Alltag nicht rein? Bin sehr auf eure Diskussionen und den Kommentaren gespannt. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn euch das nicht gefallen hat, lasst mir auch einen Daumen da. Immerhin habe ich mir Mühe gegeben mit dem Video. Und wer jetzt direkt fünf tolle Ernährungstipps haben möchte und damit ein bisschen weiter reingehen, schaut sich dieses Video an. Ansonsten bleibt es euch nur noch, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr und schaut euch auch mal die vielen anderen Videos an. Dann muss ich mich auch nicht mehr wiederholen. Das war es dann jetzt von mir. Macht's gut, bis bald. Euer Gotti.